ich begrüße dich ganz herzlich hier auf dem youtube channel der ams firmengruppe zu unserem video das wir für den 25 sechsten planen und zwar ist der zweite teil unserer serie unserer kleinen sommerserie vermögensaufbau mit immobilien starten und den veröffentlichen wir zu ferienbeginn falls du unterwegs bist oder schon am urlaubsort angekommen bist dann wünschen wir dir eine gute erholung in diesem video geht es speziell darum wie du immobilienangebote effektiv und professionell prüfst um die für dich passenden immobilien auszuwählen und auch zu bekommen denn gute deals werden am markt sehr schnell weggeschnappt um die ein objekt zu sichern ist es auch äußerst wichtig vertrauen beim verkäufer und oder makler aufzubauen dass du den kauf wirklich zuverlässig durch siehst und den kaufpreis zahlen kannst natürlich gehört es auch zur objekt prüfung dass du dich fragst welche risiken die jeweilige immobilie hat ich gehe jetzt im folgenden davon aus dass du deine vorbereitungen abgeschlossen hast so wie ich es im ersten teil dieser kleinen serie mit vier konkreten punkten beschrieben habe vor allem kennst du deine persönliche anlagestrategie weißt nach welchen kriterien du objekte suchst ob du die objektsuche und prüfung kauf und finanzierung allein oder mit beratern umsetzen möchtest und du hast auch deine finanzierung vorbereitet und kennst das volumen dass dir eine bank finanzieren würde der nächste schritt ist sich einen standort eine stadt oder eine region auszusuchen in der für dich passende objekte in ausreichender anzahl angeboten werden und dich in diesen standort einzuarbeiten die meisten schauen sich natürlich erst einmal in ihrer heimatregion um und das ist auch logisch und hat gerade am anfang vorteile denn in einer heimatregion kennst du dich zunächst am besten aus weist welches die aufstrebenden lagen sind und kennst eventuell auch die kaufpreise und vor allem sparst du fahrzeit wenn du objekte besichtigen möchtest et cetera du solltest aber kritisch hinterfragen ob es in deiner heimat positive wachstumsaussichten gibt steigt die einwohnerzahl wächst die anzahl der arbeitsplätze wie ist die kaufkraftentwicklung wie viele transaktionen finden in der von dir gesuchten objekt art statt das sind alles dinge die du wunderbar am rechner recherchieren kannst wenn dein heimatstandort keine gute perspektive aufweist dann such dir einen anderen gut erreichbaren standort oder arbeite mit beratern und verkäufern zusammen die die für dich passenden objekte anbieten dabei solltest du genau prüfen wie und wer die objekte dann vor ort für dich betreut mir persönlich war ein attraktiver standort gerade in der zeit in der ich mit dem vermögensaufbau angefangen habe wichtiger als nähe ich habe mir dann vor ort zuverlässige dienstleister gesucht und bin relativ oft hingereist ähnlich hat es auch andreas sell gemacht der das buch der reichste hausmeister deutschlands geschrieben hat er hat wie wir anfang des jahrtausends die chancen des standortes berlin erkannt lebte in frankfurt hat auf eine vier tage woche umgestellt bei seinem arbeitgeber und ist fast wöchentlich nach berlin gereist um sich dort von freitag bis sonntag um seine immobilien zu kümmern und neue zu suchen oder der investment punk gerald hörhahn der in wien lebt aber viele objekte in frankfurt und umgebung hat mittlerweile auch in anderen gebieten deutschlands und sich nicht zu schade war und ist dort regelmäßig hin zu reisen fleiß gehört eben auch dazu aber ist natürlich auch völlig okay wenn du diesen zeitlichen zeitlich erheblichen aufwand aus beruflichen oder familiären gründen nicht leisten möchtest entweder du wohnst in einer attraktiven region oder du suchst dir eben eine region in der geeignete objekte liegen und der entsprechende objekt anbieter und dienstleister zu finden sind was natürlich nicht ganz einfach ist zu uns kommen öfter kunden die schon ein zwei oder drei objekte in ihrer heimatregion gekauft haben dann aber feststellen dass sie das modell so nicht skalieren können weil die betreuung der investment zu zeitintensiv ist und auch weil die region nicht genug wachstumsperspektive verspricht die bekommen dann durch unsere objekte eine entsprechende ergänzung also auch das ist ein weg vor einigen tagen sprach ich mit einem neuen kunden der uns über diesen kanal hier bei youtube kennen gelernt hat und wir waren uns einig dass die region leipzig halle sehr interessante chancen bietet aber für ihn ist das zu weit und auch für uns als ams firmengruppe ist es im moment nicht darstellbar dort unseren ams kundenservice in gewohnter qualität mit mindestens zwei mitarbeitern vor ort zu bieten privat habe ich dort ein objekt aber um in größerem stil dort zu investieren und für kunden objekte anzubieten müssten wir eine größere struktur aufbauen aber wenn dich die idee anspricht und du lust hättest langfristig dort etwas mit uns aufzubauen dann melde dich auch gern bei uns wenn du das thema standort finden vertiefen möchtest wir haben dazu schon einige videos hier auf unserem channel gemacht einige herausgesucht zum beispiel keine bösen überraschungen beim immobilienkauf diese sieben tipps solltest du beachten oder mikrolagen richtig einschätzen und den optimalen standort finden oder das video kaufchancen in c lagen zahlen und tipps zum immobilienkauf in randlagen nachdem du nun deinen standort gefunden hast gehst du an diesem standort auf objektsuche um irgendwie anzufangen kannst du ganz klassisch über makler über anzeigen in portalen und so weiter gehen auch da finden sich immer wieder geeignete objekte gerade in der aktuellen zeit ergänzend solltest du überlegen welche kontakte du am entsprechenden standort hast aus dem privaten oder beruflichen kontext eventuell hast du auch freunde die wiederum bekannte dort haben das kann sehr nützlich sein um an gute kontakte und objekte zu kommen wie selektierst du nun die angebote wir machen das anhand des quadratmeterpreises indem wir schauen ob der angebotspreis günstig ist oder zumindest okay dazu ist es wie gesagt notwendig dass du dich wirklich mit den preisen vor ort auskennst bei mehrfamilienhäusern musst du extrem darauf achten wie viele gewerbefläche es eventuell gibt denn die musst du anders nämlich geringer bewerten das würde jetzt hier zu weit führen das aus zu dehnen und darüber zu sprechen und dann musst du den vergleichspreis für die verbleibende wohnfläche ermitteln in den serationen ist meist die gesamte fläche und der durchschnittspreis für alles genannt das heißt die angebote erscheinen auf den ersten blick günstiger weil die gewerbefläche preismindernd wirkt gewerbeanteile über 20 prozent machen außerdem schwierigkeiten bei der finanzierung das sehen die banken nicht zu gerne erst als zweites kriterium schauen wir uns dann die mietrendite also den faktor an wobei die ist miete für uns weniger interessant ist als die ortsübliche vergleichsmiete auf die wir dann erhöhen können wenn das auch passt schauen wir uns die mikrolage das baujahrausstattung den energieausweis der wert darauf darf bei uns nicht schlechter sein als d und den sanierungszustand an soweit man das beurteilen kann anhand der ausführungen und der fotos dieser grobe check dauert bei uns nur circa fünf bis 15 minuten mein tipp an dieser stelle wenn der preis auffallend günstig ist dann versuchen wir herauszufinden warum das so ist um nicht unnötig zeit reinzustecken öfter kommt das bei erbbaurechten vor dann kaufst du kein grundstück mit logisch dass dann der kaufpreis eben günstiger ist das steht meist irgendwo im text der exposés aber auch wenn das objekt sutra flächen beinhaltet oder sehr schlecht oder sehr schlechten zustand hat dann hast du oft abweichende stark nach unten abweichende kaufpreise aber wenn auf den ersten blick alles passt dann vereinbaren wir einen besichtigungstermin auch hier wieder ohne arbeit ohne fleiß geht es nicht mit jeder besichtigung mit jedem makler gespräch bekommst du mehr infos zum standpunkt und sammelst erfahrungen optimal ist es wenn du vor der besichtigung schon die letzten drei bis vier protokolle der eigentümergemeinschaft bekommst wenn du eine eigentumswohnung kaufen möchtest dann kannst du dich einlesen und weiß noch besser worauf du beim ortstermin bei der besichtigung achten musst viele verkäufer und makler verschicken die protokolle aber nicht vor dem ersten besichtigungstermin dann fragt konkret nach welche sanierungen in den letzten jahren diskutiert wurden zum thema gutachter bei einer einzelnen eigentumswohnung nehmen wir keine gutachter mit erstens können wir das selber ganz gut einschätzen und zweitens wie gesagt schauen wir die unterlagen der wohnungseigentümergemeinschaft an dort ergibt sich eben schon meist sehr gut der renovierungs- und sanierungszustand und man bekommt auch viele informationen zum baulichen zustand des objekts wenn du weißt dass die wohnung selbst renovierungsbedürftig ist kannst du natürlich einen handwerker mitnehmen der dir dann schon vor dem kauf ein angebot macht so dass du besser kalkulieren kannst fairerweise kannst du ihm anbieten für den aufwand zu zahlen für den aufwand der angebotserstellung und die summe bei auftrags erteilung zu verrechnen dann hast du eher eine chance schnell jemanden zu bekommen denn alle vernünftigen handwerker sind derzeit viel beschäftigt ein tipp an dieser stelle noch du solltest dir ein laser messgerät anschaffen und zu besichtigungen mitnehmen bitte die verkäuferseite im vorfeld um einen bemaßten grundriss und misst dann ruhig einige wände und bereiche nach während der besichtigung um einen eindruck zu bekommen ob die exposé genannte wohnfläche auch wirklich stimmt und auch ob die deckenhöhen stimmen zum beispiel bei schrägen bevor ich jetzt vergesse wenn dir dieses video mit konkreten tipps aus unserer praxis gefällt dann hinterlass uns doch gern ein like die prüfung von mehrfamilienhäusern ist natürlich umfangreicher und würde den rahmen hier sprengen bei mehrfamilienhäusern müssen auch mehr dokumente geprüft werden auf jeden fall solltest du einsicht in die bauakte nehmen und auch das thema brandschutz prüfen bei eigentumswohnungen und das ist unser thema hier ist es etwas einfacher und weniger unterlagen sind nötig über das thema unterlagen und due diligence haben wir auch schon einige videos gemacht die wir im abspann verlinken das waren jetzt die pflichtaufgaben bei der objektsuche und prüfung und wir können uns nun der kür zuwenden wie du potenziale aufdeckst die andere übersehen und wie du damit dein investment wirklich lukrativ machst doch ich merke dass dieses video mit allem was ich zur kür zu sagen habe zu lang wird und somit machen wir hier einen cut und an dieser stelle geht es dann im nächsten video weiter ich fasse noch mal kurz zusammen wenn du also deine vorbereitung gemacht hast wie im ersten video beschrieben kannst du deinen standort wählen und dort kontakte knüpfen und über plattformen und persönliche kontakte angebote bekommen diese solltest du nach den beschriebenen kriterien prüfen sofern das ergebnis positiv ist dann eine besichtigung durchführen im nächsten video geht es dann weiter mit tipps und erfahrungen wie du die potenziale der objekte aufdeckst und auch eine einschätzung der risiken vornimmst und wie du dann schnell ins handeln kommst wenn die richtige gelegenheit kommt und damit du das nicht verpasst lade ich dich ein hier unseren kanal zu abonnieren und vor allem die glocke zu aktivieren denn dann erhöht sich die chance dass du kein video mehr verpasst hier auf dem kanal was für dich wichtig sein könnte und wenn du noch ergänzende tipps zur standortwahl und objektprüfung hast dann schreib sie gern in die kommentare wenn du schon vermietete immobilien hast schreib auch gern wie du angefangen hast und was deine learnings sind das sind dann wertvolle hilfen für andere im abspann habe wieder zwei videos verlinkt dies war zum thema due diligence und zwar das erste diese immobilie rechtet sich nicht so prüfst du angebote und als zweites 2023 solltest du diese immobilien nicht mehr kaufen so kalkulierst du richtig ich bedanke mich für die aufmerksamkeit fürs zuhören und zuschauen wünsche dir alles gute vor allem gesundheit und bis zum nächsten video dann heiko klaschewski